Klingt so, als wenn Salzburg sich darauf einstellen kann, dass es wie im Prinzip in jedem Spiel nach einer Niederlage in dieser Saison eine bayerische Reaktion gibt. Letzte Frage, was ist für Sie der Schlüssel, so ganz grundsätzlich gegen Salzburg? Der Schlüssel liegt schon bei uns, also wenn wir, wenn bei uns, vielleicht habe ich das Wort schon mal benutzt, aber wenn der Wutmotor anspringt und zwar nicht, dass jetzt die Gefühle mit einem durchgehen, sondern schon in den sachlichen Kanal, wenn da diese Energie reinfließt, wenn wir das schaffen, auf den Platz zu bekommen, dann glaube ich, ist das mit einer der Schlüssel, um Salzburg auf jeden Fall zu schlagen. Und das ist auch das Gefühl, das in einem so drin ist, dass ich daran glaube, dass wir das schaffen. Aber es muss natürlich erst mal gezeigt werden. Vielen Dank.